ja das war mal ein coitus interruptus da habe ich die folge viel früher beendet als ich eigentlich wollte solche solche verabschiedung gerade noch zu ende machen oder kamt ihr klar damit ich denke schon ihr seht ich habe mich umgezogen wir bereiten uns auf die schlacht vor hier in folge 48 vielleicht das finale also gerald bereit so bereit wie man sein kann schnappen wir uns die bastarde mit vergnügen gerald mit vergnügen ich gebe dir mein herz was für eine art zauber soll das sein ein alter liebesbrief uralt wie gesagt dieser stein sollte ein liebespaar vereinen ich hätte nie gedacht dass ich ihre dien so etwas mal sagen würde der elfenstein hat funktioniert sie kommen weg e der Ich glaube nicht, dass Ciri da bleibt. Das hätte mit Sicherheit anders laufen sollen. Mir nach. Die Nagelfahr muss in der Nähe sein. Das ist eine Falle. Wir müssen fliehen. Sofort. Diesmal nicht. Nein, Sirael. Du bist nicht bereit. Du hast keine Kontrolle über deine Kräste. Ich schaffe das schon. Ciri! Aus dem Weg! Ciri! Das Eis. Ein Zauber. Du musst den Magier finden, der ihn gewirkt hat und seinen Stab zerstören. Nicht nur seinen Stab. So was hatte ich mir schon gedacht. So dass sie nicht da bleibt. Wer hilft ihm denn? Das ist ein Zauber. So, who comes next? Das macht ja mal richtig Bock, hier einfach mal lang zu fezen und alles zu vernichten. Alles Schnetzeln einfach nur, ist ja mega geil. Oh, komm her, kleiner Schönling. Ja. 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 Genau, das ist alles, was du kannst. Ich hab das ja mega geil. Ja. das war mal ein effekt zock dir die tasche oh mein hart Sireen oh mein hart ich wollte das nicht überspringen verdammt tschuldigung jungs oh man ich habe gedacht es wäre irgendwas interaktives siehst du so einfach ist es nicht wo das herkommt gibt es noch mehr was du kleiner scheiße okay das war anders geplant gut 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 dann habe ich aber glücklich vielleicht jetzt die Szene noch mal zu sehen das tut mir so leid verdammt mega geil zu ungeduldig zu ungeduldig zu ungeduldig so wo ist er hin jetzt bleibt er mal an einer Stelle stehen siehst du so einfach ist es nicht wo das herkam gibt es noch mehr so einfach so einfach hier hier se wo hier wo Boah, klar! Ja, ja, ja! Was ist das? Das muss ja sein. Du kannst nicht gewinnen, aber ich werde mich gegen das. Du kannst nicht gewinnen, aber ich werde mich gegen das. Mann! Oh, ist das nervig! Okay, das werden wir jetzt wahrscheinlich ein paar Mal zu sehen kriegen. Aber wie kann ich den denn am besten besiegen? Was tut? Verlieren wir den Nerven? Erichel, Wadker! Was tut? Verlieren wir den Nerven? Nicht! Wo das herkam, gibt es noch mehr! Wadker! 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 Die Alen! so ist es nicht Wenn du hier kommst, gibt es noch mehr. Los geht's! Oh, nein, schade. Scheiße, wenn man seine eigene Leute besiegt. Geht doch. Wir haben doch besser geklappt als gedacht. Einer weniger. Tja, kein cooles Grab. Sieht aus, als würde es ganz schön brennen. Okay. Kann ich mal wieder reden? Nein, leider nicht. Jetzt müssen wir langsam doch auftauchen. Jetzt wird es dann etwas enger. Ah, geht. Sehr gut. Das war schon nicht einfach. Nett. Aber... Kommst du da weg oder? Ah, Gott sei Dank. Gott sei Dank. Verfluchte Scheiße! Das ist unsere Chance. Ja! Hast du Ciri gesehen? Sie war bei deinem Helm. Du kommst nicht durch ihre Rüstung. Werft sie ist mehr! Echt? Das gibt Pfiffe. Dafür hab ich doch die los. Oh! Wer ist der Nächste? Wer will Stahl von Skelly geschmecken? Chalma, hast du Ciri gesehen? Bei der Nagelfahrt! Auf wen sollen wir schießen? Wir ersaugen euch, Dreckschweine! Bis die Bucht schwarz von euren Leichen ist! Vorsicht hinter mir! Jawohl! Das ist die Verein. Das ist der Knie gar nicht informationen! Ja! Der 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 die Stahl kam... Oh nein... Steh auf Irgendwelche letzten Worte Halt's Maul und kämpf Du hattest eine Chance Ach, mein Abi hat ihm die Rüstung versaut Ich hatte gehofft, dass du kommen würdest Warum? Ich möchte dir etwas sagen Aber erst später Wenn du im Sterben liegst Da sind sie Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Oh, okay, cool. Was ist der jetzt? Oh, okay. Was wird das nicht eng nennen, wenn man ihn gewöhnt? Was ist der jetzt? Was ist der jetzt? Was ist der jetzt? Was ist der jetzt? Ich hätte dich fast gehabt. Auge 1. Das war's doch nicht, oder? Kein Gequatsche. Du hast mir also was zu sagen. Havallach hat uns beide hinters Licht geführt. Er hat uns beide gegen einander aufgehetzt und ist mit Serilla verschwunden. Ich glaube dir nicht. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Wo ist Ciri? Was? Ich dachte, du weißt das. Was? Ich kann es dir kaum glauben, aber... Ich habe nicht Bock gemacht. Und nur ein schwerer war dabei. So. Wir steuern mit großen Schritten endlich aufs Finale dazu. Bleibt dabei. Es wird heiß. Es wird gewalttätig. Es wird blutig. Alles, was man vom Hexer erwarten kann. Das und noch viel mehr sogar in der nächsten Folge. Macht's gut. Bleibt mir gewogen. Und schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann. Ciao.